Die illegalen Zeltlager in Innsbruck-Arzel beschäftigen weiter die Behörden. Wie gegenüber der Krone angekündigt, tauchten Polizei und die mobile Überwachungsgruppe bei den notdürftigen Lagern auf. Nun steht die Räumung bevor, vorerst setzt man dabei auf Freiwilligkeit. Vor allem in Innsbruck-Arzel hausen Menschen in improvisierten Zeltlagern. Als Dauerzustand kann dies nicht akzeptiert werden, Stichworte Campinggesetz, Hygiene sowie Sicherheit. Donnerstagabend startete die mobile Überwachungsgruppe dem Lager in der Hallerstraße bei der Grenoblerbrücke sowie jenem nahe der Siemens-Niederlassung einen Besuch ab. Nur am letzteren Standort trafen die Beamten auch Bewohner an. Es handelt sich um drei Männer aus dem osteuropäischen Raum, sagt Thomas Kohland. In den Morgenstunden des Freitags war man nochmals mit der Polizei vor Ort. Wir haben den Betroffenen eine Räumungsfrist bis Mitte nächster Woche gestattet. Konkretisiert Kohland. Wenn notwendig, werde man in nächster Zeit auch täglich Kontrollbesuche machen. Vor allem, um die Menschen zunächst auf das Wildcamping-Verbot hinzuweisen. Eine unangekündigte Räumungsaktion, mit der man den Betroffenen das kergliche Hab und Gut wegnehmen würde, solle eher vermieden werden. Die Verständigung mit den Männern war teilweise möglich. Sie gaben an, auf Arbeitssuche zu sein. In der Nähe befindet sich die Notschlafstelle am Schusterbergweg. Doch dorthin wollen sie nicht zu Kohland. Etwas anders ist die rechtliche Lage bezüglich der Zelte unterhalb der Hochbrücke der Hallerstraße. Es handelt sich um Grundbesitz des Landes und daher auch dessen Zuständigkeit. Die mobile Überwachungsgruppe informiert nun die Kollegen am Landhausplatz. Die bürokratischen Mühlen müssen sich erneut zu drehen beginnen. An der Hallerstraße wurden bei der Kontrollaktion keine Personen angetroffen. Ob die Zelte verwaist sind, ist unklar. Am Freitag hing jedenfalls Wäsche zum Trocknen dort.